Hallo Leute! Herzlich Willkommen wieder bei Leech of Legends! Ich habe heute Kopfschmerzen, aber nix per se, machen wir weiter. Und ja Leute, wir spielen heute Bot-Game. Und... Au! Mein Kopf! Oh! Nein! Ah! Ja! So! Leute, wir sind wir, glaube ich, wieder. Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Bin ich wir überhaupt? Ich breche auf! Ah ja! Ja, es ist so! Ja, und ich spiele heute nicht allein! Bei mir ist Peddi! Servus! Mavin! Hallo! Und wir spielen... Ja, hier ist so! Und mal sehen, wie das spielen wird! Äh... Alter! Äh... 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 Top-Lane ist keiner, sehr gut. Sehr interessiert... Nein, ich habe mich selbst eingesperrt! Hahaha! So! Hahaha! Ich bin stolz auf dich. Hahaha! Ich habe mich selbst gesperrt! Ah ja, scheiße! Ich habe lange... Oh mein Gott, so intelligent, Alter! Ich bin sofort schon tot! Ich bin schon lange tot! Hahaha! Ich bin schon gestorben! Aber das ist ja noch ein Spaß! Echt?! Ah! 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 Gehen wir! Äh... Ey, ey, das habe ich eben gerade noch ne Fakten! Oh, fuck! Oh, fuck! Die Sonne in den Tempeln verschlägt, ist zurückgekehrt! Während sie in meiner ganzen Herrlichkeit wähle einfallen! So, Leute! Ich bin wieder da! Äh... Mein Spiel ist abgestillt, weil das ist noch eine Beta-Version! Ja, und wenn ihr seid nicht in dem Spiel, dass das Gute daran ist, dass das Spiel für euch! So sollst du sagen, oder Leute? Und Bot-Juburn, ja! So sollst du sagen, ihr werdet hier Bot! Und jetzt... Der hat... Der hat... ...falsgeschnitten, was ich wollte! War mir ja scheißegal! Der Tod erwartet euch! Aber es sieht gut aus für uns! Wobei, die haben auch genauso viele Push wie wir! Oh, Marvin! Die haben die drei Schlüsse! Ja, ich hab's auch versucht zu verteidigen! Ich hab's gesehen! Ja, du hast keinen Chance gegen zwei Stück! Ja! Ja! Schnell und lauflos! Naja, wir haben drei Türmeer, die haben drei Türmeer, wir schaffen es noch! Wollte ich mal! Gleich mal sehen! So! Also, das Spiel wird! Aber die coolste ist... Der Schlag... Der Schlag... Der Schlag... Der Schlag... Da war nicht so... Stunde! Oder sowas! Der da... So... Höchst eine halbe Stunde! Oder? Ja, mindestens! Kommt drauf an! Also, die kürzeste... Die kürzeste Zeit, die ich bisher hatte, waren 15 Minuten! Ja, genau! Ja, okay, aber dann sind die Gegner richtig schlecht! Nein, ich hab in den 15 Minuten verloren! Ja, oder so! Oder so! Oder so! Dann sind die richtig... Wie man's nimmt! Alter, bist du mit Verarschen! Muss ich los, ne? Ja, klar! Ja, ja! Ja, ich! Finde ich cool! 2 gegen 1! Wie unfair sollte das noch sein? Ich mach mich aufm Weg! Der Jagск! Ganz ruhig! Bin noch da! Komm, mach das camp machen! Woah! Ciao! Die Attacke war hammered ldigtbegot! Haha! Ich mach gleich... Ich mach gleich execute, ALTER! Abweide getötet! Sehr gut! Sch×! bähm 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 headshot headshot oh 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 sieht ihr 50 Minuten und wir sind langsam am Ende schon weil nicht auf Läden das wird die Kälte anfang glaube ich oder? jawohl die Schlacht erst richtig beginnt ja wegen Teamfight und so oh 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 hoch er ist ja hier ich bin an der Welt ich gehe nach unten ja pass auf kannst du machen da der Heilbronn ist so weit weg warte ich heil dich ob sich den falschen Gehalt das ist ein Gegner ein Gegner ja beeilig wir machen uns gleich genau auf den Weg jetzt fangen wir uns auf den Weg ja jetzt fangen wir uns auf den Weg erst mal meine Ulti machen wer 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 ja genau so das kann ich überhaupt die Welt machen ja ich hab da reizt werden so leute die wir gewinnen wahrscheinlich im Platz hier der Kammer stehen aber bleiben wo er hergekommen ist der Profil hier war das Leben es wird angegriffen die zitadelle mit angriffen mit den superschüssen und das jetzt ja als er ist gewusst ich hab dich gesehen ja doch ich wusste das aber ich wusste nicht dass sie dass wir schon so weit sind ich habe ich gemerkt dass sie alles andere zerstört was haben wir so es gewinnt wie viel lehmatik und leistet nicht mehr viel wenn wir noch einen turm einnehmen können dann können wir gewinnen also können wir so oder so leichter sind auch ich bin abgekackt ich habe sogar besser gespielt der was die komponenten alter ich mache nicht vor allem macht den boss niemals in der münnen und schütt ein gröner schlacht würde 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 nun sagt so ein als ich bin auch da neuer sich steht jetzt einfach auf kaum oder was wer die meine heil meine will die steht jetzt einfach rum und tut nichts ja aber ich gestorben bin ich habe natürlich es geht dass da so lange steht mit sich wollen die post machen weil ich sie gestandt habe ja aber sie ist danach noch weiter drin gestiegen kann nicht so vergiften dass man eine zeit lang noch leben verliert nehmen man das schaffen wir nicht zu zweit dafür dafür ist nasus zu gefiedet eine mischung aus das ist halb 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 käfer halb ein halb elise hat nasus lassen wir so ein turm einnehmen dann haben wir gewonnen machen sie machen wir auf den weg zur mitte da kommt einer gerade kommen ganze armee hier kommt drei die mit der du schon können wir nicht schaffen da zwei Drei mal! Noch besser! Es lohnt halt übel ist, Alter! Bei mir und nicht! Bei mir und nicht! Bei weiter so haben wir schon... Oh mein Gott! Ich hab das nicht! GEVALLEN! Leute! Jawoll! Jawoll! So seht's aus, Badges! So Leute, das war's! Ich freu' das hast schon ein bisschen unterhalten und hab das auch abgekackt! Ja komm, also da kannst du nichts für! Na schon! Ich wünsche euch einen schönen Tag und... Ciao!